Ich bin die Carolin und ich bin der Hans-Joachim Welzner, ihr Vater. Wir betreiben gemeinsam einen Hähnchenmastbetrieb kombiniert mit dem Ackerbau. Wir haben 50.000 genehmigte Mastplätze und wir nutzen bloß 32.000 Plätze, weil wir unseren Hähnchen mehr Platz bieten können. Wir verwenden Beschäftigungsmaterial wie Picksteine, Strohballen, Sitzstangen und sie haben den Auslauf, den Culture-Raum, die die Tiere auch sehr gerne annehmen. Tierwohl geht nicht ohne Technik, zum Beispiel Sprühkühlanlagen, die großen Industriewärmetauscher. Ich habe immer versucht in meiner Produktion die modernste Technik zu nutzen, die auf dem Markt ist. Es ist einfach eine Art der Tierhaltung, die für uns die Zukunft sein kann. Also was mich besonders stolz macht, ist, dass meine Tochter sagt, liebe Eltern, so wie ihr gelebt habt, das ist gar nicht das Schlechteste. So könnte ich mir mein Leben auch vorstellen. Ich mache es wahnsinnig gerne. Ich liebe die Selbstständigkeit und die gute Zusammenarbeit und auch das eigenständige Arbeiten mit den Tieren auch. Das ist mir ganz wichtig. Ich mag das, wenn ich in der Früh aufstehe und überlege, was will ich heute schaffen. Und nicht, wenn ich in der Früh aufstehe und überlege, oh Gott, wenn es ein Feierabend ist. muss ich nicht mit dem gucken, wenn ich in der Früh aufstehe und überlege, oh Gott, Und nicht, wenn ich nicht mit dem Wort stelle, wie wir es untergehe,